Hey ho und herzlich willkommen zu den Syndicate Games, wieder mit dem Holly-lb. Mit dem Terminator meinst du? Ja, mit dem Terminator hat extrem trainiert, um jetzt wieder zu kämpfen. Ja. Hat auch gemeint, er ist heute nicht mehr witzig, weil er sich aufs Töten konzentrieren will. Das find ich schade, ich mach immer... Hier, ich kann's auch beweisen, pass auf, kommt ein Pferd in eine Bar, sagt der Barkeeper, warum ziehst du so ein langes Gesicht? Hey, der war doch witzig. Nein, 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 das ist überhaupt nicht witzig. Ich hab gelacht, hast du das nicht gehört? Ja, pass auf, Maudodo. Irgendwie hab ich grad Angst, dass du mich wirklich tötest, weil ich noch keine Waffe habe. Ja? Das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, aber... Oh, hör auf, ey. Das geht schon noch. Noch bin ich nicht tot. Oh, ich seh da deinen Namen. Ja, ich hab dich auch schon gesehen. Ich dachte, du gehst jetzt gezielt auf mich. Nee, dafür hab ich wie gesagt... Noch keine Waffen, ja? Du hast gerade eben keine Waffe gehabt. Okay, gut, dann können wir ja gleich mal kämpfen, mein Lieber. Ach, immer dieses Töten. Es wird langsam, langsam eintönig. Eintönig, ja? Wir sollten mal mehr, mehr Zeit miteinander als gegeneinander verbringen. Richtig, Mann. Das ist meine Worte. Oh, hier. Kacke, ey. Hast du wieder alle Schwerte, oder was? Nein, ich hab ein Schwert. Vielleicht wieder so schlecht. Und zwei Bögen. Okay, was machen nochmal Schneebälle? One-Hit, ne? Ja, die töten den Gegner, wenn sie treffen. Nein, sie schubsen dich ein. Also, sie schubsen ein quasi. Das ist so eine Einweg-Angel. Ach so, okay. Und wenn ich jetzt auf den Schneeball pinkele, dann ist es ja... Ja, dann ist er gelb. Das ist ein Damage-Boost, oder? Äh, ich glaub. War das... Ich glaub, das wurde rausgepatcht. Ah, aber die haben das doch auf der E3 noch krass angekündigt, oder nicht? Ja, ja, hatten sie auch kurz drin, aber das hat dann auch irgendwie die Engine zu stark... Also, war zu performen-lastig und deswegen haben sie es dann wieder rausgenommen. Genau. War auch der Grund, warum jetzt hier Crytek bankrott gegangen ist, oder? Ja, richtig. Wegen Minecraft. Wegen Minecraft sind die bankrott gegangen. Weißt du, wo hier der Encharting-Table ist? Ähm... Ja, hier bei mir, mein Lieber. Oh. Und wo ist das? Hier bei mir. Und das ist? Dort, wo mein Namensschild ist, Mann. Ich hab dich gehört hier. Du bist irgendwo. Ich werde dich umlegen. Zerteilen und dann... einen Brief umschlägen. Ursaft zu Schlingeln und zu Zombies schicken. Okay. Und auf Ebay versteigern. Auf Ebay auch noch, ja. Wenn dafür niemand was zahlt, aber egal. Ich möchte... Ich möchte in der ganzen Welt verteilt sein, wenn ich sterbe. Naja, das ist doch wichtig. Wo bist du, Mann? Du weißt es nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Weißt du's nicht? Nein. Au! Au, aber warum hast du mich getroffen? Oh, oh. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Das tut weh! Hu! Hilfe! Ich wusste, dass du zuschlickst. Ich hab so wenig Leben. So wenig Leben? Mhm. Und meine Pfeile gehen langsam aus. Ja! Uh, nee! Oh Gott! Komm her! Ich hab jetzt trainiert, Mann! Ich bin... Kampfmaschig! Au! Nein! Nein! Ah! Verdammt! Er hat gewonnen! Eineinhalb Herzen, Mann! Eineinhalb Herzen! Oh! Ich hab mich richtig doof angestellt. Aber nein, du warst richtig gut. Du warst aber auch wirklich gut. Du bist perfekt ausgewichen. Richtig! So, ich hab so gedacht, ey, der schießt bestimmt und so. Und trotz Pfeilen in deinem Körper hast du tapfer weitergekämpft. Richtig! Und ich war sogar im Spinnennetz. Und trotzdem, zack, okay, nächste Runde. Boom! Okay. Hast du eigentlich die Folge gesehen, wo ich ein verdammtes Schärfe 2 Feuerschwert hatte? Ja, ja, und verloren hast. Das war echt peinlich. War wahrscheinlich der erste Mensch, der ein Schärfe 2 Feuerschwert in den Cinecat Games bekommen hat. Ja, richtig. Und mit verloren hat. Ja. Oh, Mann. Aber er hat dich auch fies ausgetrickst. Er ist ums Haus gelaufen. Wer hätte damit rechnen können? Vor allem, dass er wieder zurückkommt. Das hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das hätte ich überhaupt nicht mitgerechnet. Das war schon irgendwie deutsch. Ein bisschen. Ein bisschen deutsch. Was ist das für Loch? Das erinnert mich jetzt an Dark Souls. Ja. Oder dass da etwas viel Brutaleres auf dich wartet. Brutalere. War es schlimmer als Blöcke? Warte. Ähm. Wo sind hier die Kisten? Ich finde hier nur Kisten, die leer sind. Das kann aber nicht sein, dass du bei mir gespockt bist. Ja, das ist ein neuer Update gewesen. War es leer? Bist du zu meiner Seite gerannt? Nee, glaub nicht. Außer ich bin ziemlich dumm. Aber das glaub ich nicht. So, warte. Erstmal hier. Und ich hab das Gefühl, du bist schon bei mir. Irgendwo. Ja, ich hab jetzt auch irgendwie Angst, dass du bei mir bist. Weil du sagst, du findest nur leere Kisten. Vielleicht hast du auch einfach noch mal Kisten geöffnet, die du schon geöffnet hast. Ja, das kann auch sein. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Alles klar. Boah, ich bin ja richtig gut gerade. Wieso nehme ich nicht auf? Ich hab's sogar geschafft, was zu verzaubern. Was? Ja. Das find ich jetzt aber nicht so cool. Und hier, guck mal, den Pfeil. Guck mal, friss ihn. Aua. Yeah, ich bin Legolas. Er ist Legolas, Hilfe. Du denn jetzt hin. Weg. Tu mir nicht weh. Wo bist du hin, du? Hä? Oh. Wo bist du? Weg. Echt? Ja. Du echt weg? Du bist doch noch auf dieser Map, oder? Nee, nee. Okay. Ich hab gerage spittet. Komm mal her, komm mal her. Oh, da ist er. Nein! Komm her. Und Rückstoß. Ah, ich hatte zwei Herzen. Nein! Wie fühlt sie sich an? Der Hollifluch, hä? Der Hollifluch ist bei mir. Der Hollifluch. Nee, du warst einfach OP-equipped. Du warst OP-equipped. Ja. Und komm, eine Runde noch. Eine dritte. Noch vier Runden sind sie meistens. Sowas nehmen wir dann noch. Die Runde noch? Ja, sonst ist es zu kurz. Okay, auf geht's. Gut. Oder fünf, je nachdem. Ja, alles klar. Dann werde ich jetzt mal überheblich. Okay. Und kämpfe nur mit Fäusten gegen dich. Ja, nein, nein, nein. Nein, das werde ich nicht tun. Nein. Gott sei Dank. Planänderung. So. Sonst tötest du mich noch damit. Das wäre ja richtig peinlich. Ja, wir können einfach so einen Faustkampf machen. Weißt du? Die letzte Runde einfach mal Faustkampf. Ohne alles. Nee. Na gut. Ähm. Außerdem ist es ja nicht die letzte Runde. So. Dann mache ich jetzt, glaube ich, den Zombie. Du hast schon was. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Du hast meine Schwachstelle erkannt. Direkt auf mich drauf gehen. Ja, ich mache den Zombie, habe ich doch gesagt. Zombie macht das immer. Der rusht immer vor, wenn er was kommt. Uah! Ausgetriebs. Ja, okay. Ob das jetzt so schlau war? Das war richtig schlau, Mann. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich bin. Weiß nicht mehr, wo ich bin. Du weiß nicht mehr, wo ich bin. Du weißt nicht mehr, wo ich bin. Da, 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 da. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich habe es gesehen. Ich bin nicht im Haus. Gib Gummi. Gib Gummi. Ein bisschen weiter nach oben. Oh, hast du eine Waffe gefunden? Ja. Nein! Ich bin in der Kiste drin. Verdammt. Oh, Mann. Okay, gut. Jetzt habe ich verkackt. Ja, aber du hast ja auch nicht ernst gemacht, hast du ja von Anfang an gesagt. Ach ja, stimmt ja. Ja, stimmt ja. Kannst du es reinschneiden? Warte, ich sage es mal. Aber diese Runde mache ich nicht ernst. Schneid es einfach irgendwo rein. Okay, okay. Danke. Komm, wir nehmen den Zirkus. Okay, der Zirkus, den mag ich. Der ist auch nett. So, da du jetzt wahrscheinlich wieder auf mich direkt losgehen wirst, ne? Nee, nee, auch die Zirkus-Map ist so groß. Dann mache ich das nicht. Außerdem habe ich ja jetzt einmal gewonnen, das reicht ja. Wobei, es geht ja gar nicht ums Gewinnen. Es geht ja nur um den Spaß. Genau. Um den Spaß am Töten. Den Spaß hatten du, Zombie und Ungespiel auch unglaublich bei mir. Ja. Warte mal. Hier, ist das schon eine Kiste? Mit einem Schwert? Ähm. Hast du ein Schwert? Wo sind hier die Kisten? Nein, vielleicht. Warte mal. Ähm. Ja, das Ding ist, man muss hier irgendwie die ganzen Spots merken, wo die Kisten sind. Da hat man schon einen sehr großen Vorteil dann. Hast du schon ein Schwert? Mhm. Oh Mann, wo sind die blöden Kisten hier? Ich habe dein Namensschild schon gesehen, deswegen wollte ich da jetzt nicht hin. Hm, das hat mir nicht so gemundet, dein Namensschild in meinen Augen. Wo bist du? Weiß ich nicht. Du siehst mich nicht. Sehr gut, 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 sehr gut. Ähm. Sag mal, gib mal einen Tipp, wo ist eine Kiste? Überall. Das ist ein Tierkuss. Okay. So, ich habe jetzt auch mein Schwert verzaubert. Ich hole mir jetzt erstmal so einen Elefant, auf dem ich reiten werde. Okay. Heißt das, du bist etwas im Zirkus drin? Obwohl, die werden ja immer außerhalb auch bewahrt, auch wenn irgendwie die Tierhaltung da nicht sonderlich gut ist. Nee, deswegen rette ich auch den Elefanten gleichzeitig. Okay, befreie ihn. Ja. Und schipp ihn wieder zurück in sein Heimatland. Okay. Aber zuerst töte ich dich. Okay. Ja, damit kann ich leben. Solange du den Elefanten befreist, ist es okay. Oh Mann, du hast wahrscheinlich jetzt voll die fette Rüstung, oder? Ich habe zwei Kisten nur getroffen und finde nichts mehr. Ja. Ich habe volles Pech mit diesen Kisten. Das Spiel ist nicht auf mich optimiert. Ja, gerade eben hattest du doch richtig Glück. Ja. Ja. Das ist nicht auf mich optimiert. Richtig. Okay. Das ist nicht hollifreundlich. Oh Gott, ist die Mepp riesig, ja. Weißt du, immer wenn ich hier so rumlatsche und keine Kiste finde, habe ich das Gefühl, der Gegner ist gerade mit einer Stufe 5 Diamantrüstung auf dem Weg zu mir. So wie in Baro. So wie in Baro. Ja. Da sind sie auch alle mit ihrer Stufe 5 Diamantrüstung gekommen. Genau diese Stufe 5. Und dann hast du sie vom Turm geschubst. Ja. Das hat denen weh getan. Ja, ich würde sagen, du killst mich jetzt, weil ich habe keine Lust hier rum zu rennen und Kisten zu finden, die leer sind. Hast du keine Waffe? Nee, keine Waffe. Keine einzige. Soll ich dir ein Schwert geben? Ich habe Brot ohne Ende. Ja, kannst du mir ruhig geben. Okay, dann gebe ich dir gleich ein Schwert. Ins Gesicht oder was? Nein, nein. Ich werfe dir das hin. Hier, Holly. Und weißt du, ich gebe dir Brot. Da. Oh, lecker Brot. Okay, dann gehen wir jetzt auseinander, würde ich sagen. Okay. Und jetzt verfolge ich dich. Und jetzt verfolge ich dich. Nein. Komm her, Holly, lass dich essen. Ich brauch so einen epischen Dingsbums hier. Pass auf, pass auf. Oh Gott, du hast mich weggeklatscht. Was hattest du denn für ein Schwert? Eh, Unbreaking. Oh, hier ist ein Schwert. Unbreaking. Das heißt, es ging nie kaputt. Ja, richtig. Ich konnte immer und immer wieder auf deine Schoteleiche einschlagen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir noch eine letzte Runde. Genau, steht da 2-2. Was wollen wir denn? Machen wir hier diese... Ja, genau. Floating Island. So. Boom. Okay. Ach Gott, die Spannung steigt. Ich hasse diese Map außerdem. Okay, verstehe. Ich habe hier schon ein paar Tricks gesehen von anderen YouTubern, wie die da so Kisten gult haben, wo ich mir denke, what? Da ist ja einer irgendwie im Wasserfall, wo du runtergleiten musst und so. Ja, das sind deine Perlen. Ja. Die hole ich hier jetzt erst mal. Ja, bevor man eine Waffe holt, braucht man die in der Perlen. Ja. Damit man mit denen kommen kann. So. Da pass mal auf, dann... Ah! Wieso? Ich habe den Knopf... Man muss die Sprungtaste gedrückt halten, ne? Ich habe keine Ahnung. Oh, Mist. Ehrlich gesagt. Mist. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie das funktioniert. Doch, man muss die Sprungtasten behalten. Äh, äh... Ja, das hat mir jemand geschrieben. Man muss die Sprungtasten gedrückt halten, aber dann in der nächsten Folge, in der ich das erwähnt habe, dass es mir jemand geschrieben hat, wurde mir geschrieben, das stimmt nicht. Doch, doch, jetzt schaffe ich es zum Beispiel. Jetzt habe ich den gedrückt und ich schaffe das. Zufall. Ja. Warte mal. Bist du mein Lieber? Warum? Ja, weil ich dich gerne töten würde. Nimm es nicht persönlich. Hast du entsprechende Waffen? Ähm, weiß ich nicht. Beweise, munkelt man. Das finde ich jetzt aber nicht so sozial. Habe ich mir gerade eingebildet, dass du hinter mir warst? Ähm, also ich bin nicht hinter dir. Ja, weil es einfach unmöglich war, dass du da bist. Das wäre wirklich unmöglich gewesen. Okay, verstehe. Du traust mir das also nicht zu, was? Nein, es wäre einfach technisch unmöglich gewesen. Hallo, Oli. Ja, wäre es unmöglich? Wäre es technisch unmöglich, mein Lieber? Ja. Oh, oh. Wieso folge ich dir? Ich weiß es nicht. Ich wollte noch auf die Plattform aufkommen. Scheiße. Habe es aber nicht geschafft. Richtig schlecht. Oh, Mann. Warte mal, jetzt hast du aber wenig Leben, ne, mein Lieber? Ja, du aber auch. Nee. Das wüsste ich aber. Das wüsste ich aber echt. Genau. Warte mal. Oh, wo bist du? Ich habe dich gerade gesehen, Mann. Was machst du da? Du verzauberst? Sondern? Du hast wieder einen Anfall. Oh Gott, da ist er. Weg hier. Vielleicht bin ich da noch ein zweites Mal runtergefallen, was extrem doof war. Aha. Aha, aha, aha. Warte mal, ich starre gerade mit offenem Mund und versuche, dein Namensschild zu entdecken. Äh, nicht ducken. Hör auf, dich zu ducken. Ach, das wäre meine Chance. Das ärgert mich jetzt. Das ärgert mich jetzt. Warum bin ich dir gefolgt? Weil ich dachte, du landest unten auf der Plattform. Ja, habe ich auch gedacht. Äh, Mist. Aber es war, dem war nicht so. Dem war nicht so, Holly. Dem war nicht so. Nee, dem war nicht so. Dem war nicht so. Dem war nicht so. Ich war im Zoo. Ja. Wie viel Leben hattest du? Ich zweimal geschlagen. Ich hatte noch fünf Herzen. Das ist richtig gute Rüstung. Ja. Da habe ich Glück gehabt mit der Rüstung. Okay, dann würde ich sagen, war es das. Mit diesen krassen Kämpfen. Schaut auch bei Holly vorbei. Da kommen Videos. Hm. Ich denke mal, auch wieder eine Silikett-Runde. Jetzt habe ich wieder Mut geschöpft. Kraft geschöpft. Nach jahrenlangen Training. Genau. Ja, ich war einfach außer Übung. Ja, genau. Ja, und es liegt auch an diesen Frame-Anbrüchen, die ihr hier gerade seht, wie ich habe, derzeit. Stimmt. Nicht, dass Holly einfach besser geworden ist. Nein. Okay, ja. Gut. Wie gesagt, schaut bei Holly vorbei und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.